Hallo und guten Tag, mein Name ist Manuel Hahn, ich bin Grundspezialist für Moving Nights in der Firma Lightpower. Wir befinden uns gerade hier am Clay Park gestand, wo wir im Hintergrund den Sharpie Wash 330 sehen. Sharpie Wash hat das 330 Watt Leuchtmittel von Philips verbaut und hat einen Zoom-Bereich von 6,5 bis 48 Grad. Ebenfalls haben wir im Gerät eine CMY Farbmischung und ein festes Farbmischung. Außerdem die Möglichkeit einen Beam-Shafer indexierbar und rotierbar in den Beam zu fahren. Im Gerät ist eine CMY Farbmischung verbaut und ein festes Farbrad, um den Lichtstrahl in nahezu jede beliebige Farbe zu färben. Der Sharpie Wash 330 hat eine gesamte Stromaufnahme von 500 bis 520 Watt. Jetzt haben Sie den in verschiedenen Farben hier hängen. Die gibt es auch in allen Farben, die wir hier sehen. Versilbert, weiß und gold. Sind die schon lieferbar oder wie sieht es auch? Die sind schon lieferbar. Danke. Gut, gerne.